Musik In den letzten Wochen gab es einen Erlass des Innenministers, der besagte, dass die Polizei in den nächsten Wochen bzw. Monate ihre Überstunden, ihre Tausende von Überstunden, die aufgelaufen waren, abfeiern soll. Dies halten wir für unverantwortlich. Die Polizei kann nicht noch weniger präsent sein vor Ort in den nächsten Wochen und Monaten, angesichts stark gestiegener Wohnungseinbrüche um ca. 60% gegenüber 2014, angesichts immer mehr Anzahl von Gewaltdemonstrationen, zum Beispiel im Bereich Hambach, da muss die Polizei dringend vor Ort sein, Angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen, die weiterhin auch hier nach Kerben kommen und in den Rhein-Erf-Kreis. Daher müssen, denke ich mal, diese Flüchtlingsheime geschützt werden. Da ist Polizei unbedingt für notwendig. Wir haben bis jetzt noch keine Übergriffe im Rhein-Erf-Kreis gehabt, aber da kann man ja nie sicher sein, wenn man an andere Bundesländer denkt, da ist das eben sehr gefährlich. Deswegen muss die Polizei aufgestockt werden. Auf keinen Fall dürfen Überstunden zur Zeit abgefeiert werden können.